In einer überraschenden und emotionalen Ankündigung hat Thomas Seitel öffentlich bekannt gegeben, dass Helene Fischer schwanger ist und das Paar ihr erstes Kind erwartet. Diese freudige Nachricht hat die Fans in Begeisterung versetzt und das Paar in ein neues Licht gerückt. Die Offenbarung fand während einer Pressekonferenz statt, die ursprünglich für die Ankündigung eines neuen gemeinsamen Projekts geplant war. Doch es sollte ein weit bedeutenderes Ereignis gefeiert werden. Der Raum war voller Reporter und Kameras, als Helene Fischer und Thomas Seitel gemeinsam auf die Bühne traten. Helene strahlte in einem eleganten Kleid, das dezent ihre wachsende Schwangerschaft andeutete. Thomas, sichtlich aufgeregt, hielt ihre Hand fest. Die Atmosphäre war gespannt und erwartungsvoll, denn niemand ahnte, was für eine große Neuigkeit bevorstand. Nachdem sie einige Minuten über ihre Karriere und kommenden Projekte gesprochen hatten, nahm Thomas das Mikrofon und richtete das Wort direkt an die Anwesenden. Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns, begann er mit einem Lächeln. Wir sind hier, und eine persönliche und wunderschöne Nachricht zu teilen, die unser Leben für immer verändern wird. Er machte eine kurze Pause, bevor er fortfuhr, Helene und ich erwarten unser erstes Kind. Ein Raunen ging durch die Menge, gefolgt von einem begeisterten Applaus. Die Fans und Journalisten waren sichtlich berührt von dieser freudigen Nachricht. Helene lächelte glücklich und legte ihre Hand sanft auf ihren Bauch. Wir sind überglücklich und können es kaum erwarten, dieses neue Kapitel in unserem Leben zu beginnen, fügte sie hinzu. Es ist ein unglaubliches Gefühl, diese Freude mit euch allen teilen zu können. Während der Pressekonferenz erzählte das Paar von ihren Gefühlen und Plänen für die Zukunft. Helene sprach über die Herausforderungen und Freuden, die eine Schwangerschaft mit sich bringt. Es ist eine aufregende und manchmal auch überwältigende Zeit, gab sie zu. Aber Thomas ist eine unglaubliche Unterstützung, und wir sind gemeinsam stark. Thomas nickte zustimmend und fügte hinzu, wir freuen uns auf jede Phase dieser Reise und sind dankbar für die Liebe und Unterstützung, die wir erhalten. Ein besonders berührender Moment ereignete sich, als ein Reporter das Paar fragte, wie sie die Nachricht von der Schwangerschaft aufgenommen haben. Helene lachte leise und sagte, als wir es herausfanden, haben wir erstmal eine Weile schweigend da gesessen. Es war ein Moment, der uns beide überwältigt hat. Und dann haben wir uns einfach und andere mehr und geweint vor Freude. Thomas ergänzte, es war ein Moment, den wir nie vergessen werden. Wir wussten, dass unser Leben sich für immer verändern würde. Zum Abschluss der Pressekonferenz gab das Paar eine weitere Überraschung bekannt. Sie planten, eine kurze Auszeit von ihren beruflichen Verpflichtungen zu nehmen und sich auf die Schwangerschaft und die bevorstehende Geburt vorzubereiten. Wir wollen diese besondere Zeit genießen und uns ganz auf unsere kleine Familie konzentrieren, erklärte Helene. Es ist uns wichtig, diese Momente in vollen Zügen zu erleben. Nach der Pressekonferenz zog sich das Paar in ihre private Suite zurück, wo sie die Nachricht in Ruhe verarbeiten konnten. In einem intimen Gespräch erzählte Thomas von seinen Gedanken und Gefühlen. Ich bin so glücklich, dass wir diesen Weg zusammen gehen, sagte er leise, während er Helene liebevoll ansah. Du wirst eine wunderbare Mutter sein. Helene lächelte sanft und erwiderte, und du wirst ein großartiger Vater sein, Thomas. Ich freue mich darauf, dieses Abenteuer mit dir zu erleben. Die Fans reagierten begeistert auf die Nachricht und teilten ihre Glückwünsche in den sozialen Medien. Es war ein Moment der Freude und der Zusammengehörigkeit, der das Paar noch enger mit ihrer Fangemeinde verbannt. Viele drückten ihre Unterstützung und ihre Vorfreude auf die Ankunft des neuen Familienmitglieds aus. Die Nachricht von Helenes Schwangerschaft und die öffentliche Bekanntgabe durch Thomas markierten einen besonderen Meilenstein in der Beziehung des Paares. Es war ein Moment, der die Tiefe ihrer Liebe und ihres gemeinsamen Glücks zeigte. Die Fans freuen sich auf die kommenden Monate und sind gespannt auf die nächsten Kapitel in der Geschichte von Helene Fischer und Thomas Seitel. Mit dieser wunderbaren Neuigkeit bändete das Paar die Pressekonferenz und verabschiedete sich von den anwesenden Reportern. Sie versprachen, weiterhin offen mit ihren Fans zu sein und sie auf dem Weg zur Elternschaft mitzunehmen. Es war ein Tag voller Emotionen, der die Herzen vieler Menschen berührte und das Paar auf eine neue Ebene der Verbundenheit brachte.